Meinen Jungen lassen Sie nicht studieren wegen dem Numerus Clausus. Was heißt denn das eigentlich? Keine Ahnung, aber der Lümmel wird's schon wissen. Wozu hat er schließlich neun Jahre Latein gelernt? Ich sehe neuerdings auf dem rechten Auge so schlecht. Das kommt vom Alter. Meinst du, dass mein rechtes Auge älter ist als das linke? Ich war bis zu meinem achten Lebensjahr blind. Und wodurch hat sich das geändert? Dann kriegte ich meinen ersten Haarschnitt. Schluss jetzt. Dam-da-da-da-dam. Schlimm wird. Also los, nochmal. Und schneller. Anlehnen. Durchladen. Zielen. Schießen. Andere Sender, andere Sitten. Arbeit ist nicht da. Ja, der ist heute Morgen weggefahren. Hat er gesagt, was er will? Hol Harriab, hat er gesagt. Der würde seine eigene Mutter anzeigen, wenn er dadurch früher rauskäme. Würde mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass die Menschen sich so gemein verhalten, wie du dir das wünschst. ein bisschen verhaal. Wie und so. Bis zum nächsten Mal. Aber wenn duber da noch einen Monarch, Wir schalten um nach Frankfurt.